Verschwörung in einem Satz. Zwinge die Menschen mit ihrer ganzen Wahrnehmung in ihre fünf Sinne und das wird alles dominieren. Und dann programmiere die Sinne der Wahrnehmung und isoliere sie vom wahren Selbst und lasse sie die Dinge glauben, die du möchtest und sag ihnen das, was sie über die Welt glauben sollen.